Ein großes Thema in der Liga ist seit Wochen eigentlich schon die ganze Saison über die Handspielregelung. Es gibt eigentlich an jedem Spieltag eine Szene, über die danach heiß diskutiert wird. Kannst du gerade als Abwehrspieler beschreiben, wie groß die Verunsicherung ist? Weißt du selber noch, was du da hast und was nicht? Ich habe keine Ahnung. Sie machen so viele verschiedene Aktionen. Ich dachte schon mal, dass es immer eine Anzahl an die Hand ist. Jetzt ist es ein Anzahl an die Video, aber ich sehe so viele verschiedene Situationen, wo es nicht eine Anzahl an und manchmal ist es eine Anzahl an. Ja, ich bin sehr verstanden. Ich denke, dass man die Regeln klarer machen muss. Ich weiß nicht, wann es eine Anzahl an oder wann es nicht ist. Natürlich sollte man die Anzahl an Dortmund haben, aber wir haben es nicht. Ich verstehe nicht, wie die Regeln funktioniert. Ich weiß nicht. Tut ihr innerhalb der Mannschaft irgendwas, um euch darauf einzustellen? Also noch öfter Hände hinter den Rücken? Oder wie kann man damit umgehen, um gar nicht erst in solche Situationen zu kommen? Ja, vielleicht, wenn der Kurs kommt, musst du vielleicht versuchen, die Hände auf die Rückseite zu stellen. Aber es ist immer schwierig. Manchmal versucht man, die Anzahl zu schützen, um mehr Geschwindigkeit zu bekommen oder etwas größer zu bekommen. Aber es ist so schwierig. Aber wir müssen die Rücken mehr klarer machen. Und ja, ich meine, bald wird die Leute starten zu schützen. Ich denke, Kovac hat etwas über das gesagt. Aber ich weiß nicht. Wir müssen es klarer machen und besser machen, weil es jetzt nicht so gut funktioniert. Das ist gut. Wir können die Rücken- explainer, Aber ich weiß nicht,